Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video und wir schauen uns heute wieder zwei Mods für das Spiel an, die wirklich richtig gut sind und die erste ist eigentlich keine wirkliche Mod, sondern einfach nur ein Savegame und zwar endlich das 100% Savegame. Das heißt man hat hier alles auf 100%, auch die Herausforderung und kann dann im Sandbox-Modus alle Maps benutzen, alle Dinosaurier ausbrüten und alle Gebäude benutzen, da ist alles freigeschaltet. Das einzige was glaube ich noch fehlt sind hier in der Datenbank zwei Sachen, hier zwei und da zwei, also insgesamt vier Sachen in der Datenbank und derjenige, der das Ganze hochgeladen hat, hat auch noch in die Mod-Beschreibung geschrieben, dass er, wenn das Ganze hier dann komplett vollständig ist, er das Ganze nochmal hochlädt, dass man dann wirklich auch einen Spielstand hat, wo alles freigeschaltet ist, aber ich bin jetzt schon mehr als glücklich darüber, dass dieses Savegame hochgeladen wurde, weil da muss ich nicht ja diesen Grind machen und alles im Herausforderungs-Modus freischalten, damit ich im Sandkasten-Modus alle Maps erstmal habe, alle Dinosaurier benutzen kann und natürlich alle Gebäude bauen kann. Das können wir jetzt endlich einfach so machen, da bin ich echt super glücklich drüber und ich würde auch sagen, wir gehen direkt in irgendeine coole neue Karte. Wie wärs denn mal mit Cornwall UK? Also hier ist jetzt wirklich alles zu 100% freigeschaltet, alle Wege, alle Gebäude und hoffentlich auch alle Dinosaurier, da schauen wir mal jetzt rein. Ja, das sieht sehr gut aus. Einige davon habe ich auch noch gar nicht freigelassen. Können wir mal einen nehmen von denen, die ich noch nicht kenne. Oh, der Indoraptor. Nehmen wir den doch mal. Könnte man jetzt, glaube ich, auch schon viele Skins und sowas auswählen. Oh ja, guckt mal, wie viele verschiedene Farbkombinationen man hier machen kann. Das ist ja crazy. Cool, den brüten wir jetzt mal gemeinsam aus. Ich bin da so froh drüber, dass wir jetzt so ein 100% Savegame haben. Das ist echt cool. Oh, die Mitarbeiter fehlen. Ich suche mal eben die richtigen raus. Ich finde das übrigens super nervig, dass man im Sandkasten-Modus noch Mitarbeiter benutzen muss und zuweisen muss. Das ist einfach irgendwie nicht Sinn der Sache in meinen Augen, weil ja, es wäre halt schön, wenn man hier drauf drücken könnte. Und dann kann man hier auf einen Knopf drücken und dann ist der direkt fertig, der Dino. Beim Sandkasten-Modus sich noch mit Wartezeiten umschlagen und mit Mitarbeitern. Ah, ist nicht so schön. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch irgendwie eine Mod oder sowas. Das wäre echt cool. So, endlich ist er fertig. Dann lassen wir den mal frei. Oh, man muss sagen, der sieht echt heftig aus. Mega cool. Ah, ich freue mich schon, wenn wir jetzt im Sandbox-Modus endlich alles ausprobieren können. Sieht ja so böse aus. Übrigens in der Mod-Beschreibung, die ist unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt erstmal. Und dort steht auch drin, wo ihr das Savegame einfügen müsst, damit ihr das alles habt. Also das ist da eigentlich alles ganz gut erklärt. So, ich habe den Indoraptor mal ganz schnell eingezäunt und ich zeige euch jetzt direkt die nächste Mod. Nämlich ist das Expanded Path and Fences. Die hatten wir auch schon bei Jurassic World Evolution 1. Und diese sorgt einfach dafür, dass wir hier drei zusätzliche Wege unter anderem bekommen. Das sind nämlich unsichtbare Wege. Das heißt, ich könnte jetzt hier hingehen, den Weg entfernen und dort dann einen unsichtbaren Weg hin platzieren. Das funktioniert dann auch. Ihr seht ja, die ganzen Gebäude sind noch connected. Und auch die Besucher sollten eigentlich diese Wege dann benutzen. Das können wir gleich gemeinsam rausfinden. Machen wir hier so einen Turm hin, damit die auch den Indoraptor beobachten können. Und wir schauen uns das gleich mal an, ob das Ganze dann funktioniert. Da sind übrigens hier drei verschiedene Wegbreiten einfach nur. Das sind schmalere, das ist der Mittelbreite und das ist der ganz Breite. Kann man ganz gut sehen, wenn man hier in den Abrustmodus geht. Weil dann kann man die auch erkennen. Und die Besucher benutzen die Wege. Also das funktioniert alles wunderbar. Da könnte man dann natürlich am besten noch irgendwie das Terrain anpinseln da drunter, dass man irgendwie da Dirt oder so hin macht. Dann sieht das alles nur ein bisschen realistischer aus. Dass da dann wirklich so ein Trampelfad oder so entsteht. Ja, das ist echt cool, dass man jetzt hier die Möglichkeit hat, unsichtbare Wege zu platzieren. Da könnte man dann zum Beispiel auch ein Gebäude, wenn man das irgendwo alleinstehend haben will, nehmen wir mal irgendwie so ein Wissenschaftsgebäude. Und das soll jetzt nicht direkt ans Wegenetz angeschlossen werden, zumindest optisch. Dann kann man es einfach mit einem unsichtbaren Weg machen und dann passt das Ganze so weit. Das ist echt richtig cool. Hier sollten wir eigentlich auch rüber gehen können. Hoffe ich doch. Ja, das sieht gut aus. Und dann können die ja auch zu dem Turm gehen. Und was noch praktischer ist, das Ganze gibt es auch für Zäune. Da haben wir dann auch zwei neue Zäune. Diese beiden steht auch hier oben. Invisible Fans und Invisible Fans Markt. Da ist einfach der Unterschied, dass dieser Zaun komplett unsichtbar ist und der verändert auch nicht hier das Bodenterrain. Und bei diesem hier entsteht dann trotzdem so eine normale Schneise im Boden, die auch bei den anderen Zäunen entsteht. Also dann ist es natürlich meistens besser. Also finde ich zumindest, wenn man hier mit arbeitet. Und auch diese Wege, oder Wege wollte ich schon sagen, und auch diese Zäune kann man gut erkennen. Also wenn man in diesem Abrisstool ist, kann man da alles ganz normal bearbeiten. Das finde ich richtig gut. Und auch in dieser Ansicht sieht man das. Sowas ist natürlich besonders praktisch, wenn man zum Beispiel hier eine natürliche Barriere bauen möchte. Also wenn man hier jetzt Felsen oder sowas vormachen möchte. Und dann trotzdem nicht will, dass die Dinos dort ausbüxen können. Würde dann so alles 1A funktionieren. Müsste man halt nur ein bisschen schöner jetzt machen. Ich platze jetzt einfach mal nur so platzhaltermäßig was hin. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also dann könnte man hier zum Beispiel einen Weg hin machen, dass hier die Besucher oben stehen können. Und dann haben die halt keinen lästigen Zaun, der sie daran hindert, die Dinos zu beobachten. Aber der Zaun ist natürlich noch da. Halt nur unsichtbar. Also die Dinos können dort nicht ausbüxen. Man könnte das auch sogar ohne diese Mod hinbekommen, wenn man diese Felsen gut platziert. Weil die haben ja auch eine Hitbox und die blocken auch Dinosaurier. Aber mit dieser Mod ist es einfach viel, viel einfacher. Da muss man dann nur noch darauf achten, dass man das optisch so baut, wie man möchte. Und nicht, dass es dann auch funktioniert. Weil das erfüllt halt der Zaun dann diesen Zweck. Und wofür das auch noch praktisch ist, ist wenn man so ein Gehege hier zum Beispiel direkt am Rand vom Park baut. Und dann nicht noch hier hinten einen Zaun haben möchte, den man sieht. Also mal, so müsste man ja hier jetzt noch einen Zaun langziehen, damit die Dinosaurier nicht ausbüxen können. Das sieht halt nicht so schön aus. Viel besser ist halt die Klippe im Hintergrund zu haben als natürliche Barriere. Dann kann man dort das Ganze einfach auch austauschen. Und dann sieht das viel, viel schicker aus. Und funktioniert auch einwandfrei, ohne dass Dinos ausbüxen. Also ihr seht schon, mit unsichtbaren Zäunen und unsichtbaren Wegen kann man wirklich viel machen. Finde ich richtig cool, dass diese Mod schon rausgekommen ist. Ich werde das Video jetzt lieber schnell beenden, bevor hier unser Indoraptor stirbt. Der ist nämlich schon bei 13% Gesundheit. Aber der sieht heftig aus. Das kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, dieses Mod-Vorstellungsvideo hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Daniel. Ich wünsche euch jetzt noch einen Tag.